Ich meine, die wichtigste derer ist ja, glaube ich, dann auch quasi von dir angesprochen, die Evaluierung einfach deiner eigenen Mannschaft. Also einfach um festzustellen, wer ist denn da, auf den du dich verlassen kannst und wer pusht diese ganze Geschichte da eigentlich vorwärts. Um dann auch entsprechend sozusagen die zu belohnen und auf der einen Seite aber auch eben zu motivieren, an der Stange zu halten und ein spezielles Augenmerk drauf zu legen. Deswegen wer denn eigentlich die sind, die, das Wort Leistungsträger ist in manchen Gegenden gern gehört, in manchen anderen weniger gern. Aber am Ende des Tages möchtest du natürlich dir eine A-Mannschaft anzüchten und nicht irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt sein, wie du die C-Leute dazu bringst, dass sie halt eh auch halbwegs zu ihrer Leistung kommen. Das kann ja nicht das Ziel sein.